Hallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich hatte mal so eine ganz spezielle Sache und zwar geht es darum, die Frage ist von jemand der auf meinem Kanal ist, kann man einen Kern von einem Abuszylinder oder überhaupt von einem Zylinder umbauen oder so machen, dass er in so einem Rundzylinder reingeht. Das ist die Frage. Ich habe mir jetzt erstmal eben einen Kern rausgesucht, weil ich nur einen Kern habe und wenn wir den jetzt hier mal drauf halten, merken wir, der ist nicht lang genug. Bei diesem hier, bei dem anderen, das ist ein Abus-Haffenheim, da kann es knapp werden, könnte gehen, könnte auch nicht gehen und hier haben wir noch einen anderen, da haben wir zwei Ringe drauf, das ist hier STS. Da würde es gehen oder nicht gehen. Auf alle Fälle ist es, könnte gehen, könnte gehen. Ich habe jetzt bloß kein passenden, wo ich das mal komplett jetzt auseinandernehmen kann und mal gucken kann. Also in der Einschätzung könnte, könnte es gehen. Ich würde aber da was ganz anderes machen. Ich würde folgendes machen. Ich würde diesen Halbzylinder, wenn es damit geht es, die sind immer alle unterschiedlich sind die. Also diesen Halbzylinder würde ich bestellen in 35 oder sogar 40 Millimeter Länge, weil es geht mir einfach darum, dass der Kern dementsprechend lang ist. Und dann kann ich den praktisch auf alle Fälle in das Gehäuse reinsetzen und der steht dann natürlich also über. Aber das macht ja nichts, weil das ja an so einem Rundzylinder verbaut wird. Da kann das ruhig überstehen. Da kann ich ruhig einen Zentimeter reingucken. Manche sind ziemlich glatt. Einige stehen da wieder vor. Mal, dass der Kern rausguckt. Also ich würde sagen, auf alle Fälle, man bestellt den Längern. Der Hintergrund ist der, dass, was hat er mir jetzt geschrieben, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, dass er einen Halboszylinder hat, einen Wendeschlüssel und dazu gibt es keinen runden Außenzylinder zu. Die liefern den nicht. Warum, wieso auch immer. Und die Idee ist jetzt, einen Rundzylinder zu nehmen von der gleichen Firma, der aber zwei verschiedene Kerne hat. Das heißt, der eine hat also praktisch diesen Kern, der hier drinnen ist und der soll jetzt praktisch in den Abus reingebaut werden. Das ist jetzt zwar hier kein Abus, das ist jetzt hier ein GEG. Aber der soll der jetzt reingebaut werden. So, die Frage ist, ob das geht. Natürlich ist das ein Wendeschlüssel, was er hat. Und beide Zylinder müssen ein Wendeschlüssel sein. Und jetzt ist es so, aber ich denke mal, das ist gleich bei jedem Zylinder. Ja, der ist gleich. Also die Stifte sind auf gleichen Positionen. Nämlich, dass dieser Lochabstand nachher noch ein anderer ist. Also dieser Lochabstand, dass das noch ein anderer ist. Zum Beispiel verschoben ist. Aber ich denke mal, die haben das alles gleich gemacht. Weil das wäre sonst zu aufwendig alles. Und die haben nur eine einzige Kernsorte. Es gibt nur eine Kernsorte. Das ist der Kern hier. Der Zylinderkern. Und dieses Profil, diese Walze, die hier drinnen ist, auch immer gleich. Hat immer den gleichen Durchmesser. Nur das Profil, was hier drinnen ist, was man hier sehen kann. Das ist ein anderes. Aber die Stifte, die hier sind, sind alle immer auf der gleichen Position. So, wenn dieser Zylinder, dieser Kern jetzt 5 mm länger ist, oder für mich es auch 10 mm länger ist, vielleicht sogar auch 10, muss man gucken. Dann bekomme ich den hier auf alle Fälle rein. Irgendwie. Der Verschluss, der da dran ist, diese Klammer, die muss ja auch auf der richtigen Position sein. Das ist also hier, wo diese Kerbe ist. Ich denke mal, das ist auch genormt. Ja, das ist auch genormt. Aber die Frage ist, ob das... Ja, das wird auch genormt sein. Das ist auch genormt. Also ich würde den auf alle Fälle länger bestellen. Die Kerbe wird genormt sein. Das heißt also, es ist alles auf der gleichen Höhe. Und dann bekomme ich den Kern rein und kann ihn auch festmachen, dass der also praktisch nicht wieder rausrutscht. Es geht noch nicht um die Bestiftung, sondern erstmal, ob das überhaupt reingeht. So, wenn ich dieses Problem gelöst habe, also das ist beseitigt das Problem, dann kommt jetzt das nächste Problem. Und zwar, wie bekomme ich diese Spange, die hier drin ist, fest? Hier würde ich jetzt gar keine Spange festbekommen, weil das hier total rund ist und die Stange brachte hier einen Widerstand. Und deswegen ist das Loch rechteckig, sage ich erstmal. Hier ist das Loch rund. Hier ist das auch rechteckig. Ja, die haben hier ja einen Schlitz drin. Rechteckig, damit die Spange da reingeht, also damit die Stange da reingeht, die Stange, die da reingeht, aber sich nicht drehen kann. Bei dem ist das auch so. Das heißt also, bei allen ist das so, bei diesem hier auch. Ja, damit die einen Widerstand hat. Was man jetzt machen muss, ist, wenn man diesen Kern hat und der ist länger, der ist 5 mm länger oder vielleicht sogar auch 10 mm länger, dann kann ich den absägen. Oder ich kann ihn so lassen, ich weiß es noch nicht. Und dann setze ich da einfach ein Teil rein. Das heißt, es wird also hier ein Teil reingesetzt. Ich nehme mal jetzt hier so, damit ich es mal so erklären kann. Also das wird jetzt hier reingesetzt, damit dieses Loch aufgefüllt wird. Das muss ich irgendwie auffüllen. Also setze ich hier ein Rundeisen rein. Ein Rundeisen. Ich nehme jetzt mal eben hier so eine Gewindestange. Die würde ich jetzt also praktisch so verändern, dass ich die hier reinschieben kann. Dann habe ich die hier drin und dann würde ein Dorn hier reinkommen. Ein Splint. Ein Splint. Wo war das? Dann wurde ich hier eben ein Splint gesehen. Da. Und hier ist ein Splint drin. Da kann man das sehen. Da ist ein Splint drin. Und diesen Splint müsste ich dann da auch durchtreiben, also auch ein Splint setzen, dass ich praktisch eine Stange da rein bekomme. Was für eine Form die Stange hat, ist nachher egal. Ich kann da ja nachher ein Flacheisen nehmen. Ich sage mal sowas hier. So ein Flacheisen ist jetzt zu dick. Und das könnte ich jetzt praktisch da rein schieben. Und das hat dann hier auch ungefähr die Breite. Das wird dann hier nachher dünner gemacht und schmaler, weil das hat ja hier nur 2 Millimeter und das hat hier 2,5. Dann kann man sehen, das wird dann schmaler gemacht. Und dann habe ich die Stange da drin. Also die Frage ist. Mal wieder wegstellen. Die Frage ist, bekommt man einen Schließkern? Einen Schließkern? Von mir aus von einem Halbzylinder. Ich werde auch sogar einen Halbzylinder nehmen, weil der ziemlich rund ist. Und da kann ich was einbauen. Dann muss ich das nicht extra aufbohren. Also so wie diesen hier. Kann man, kann man das hier reinbauen? Ja. Kriegt man, also kann man das reinbauen in einem, in einem runden Außenzylinder? Ja. Kriege ich rein. Und kann ich dann auch eine Stange da dran befestigen? Ja. Wenn ich hier jetzt noch ein Teil reinbaue, das mit einem Splint versehe, dann ist das Ding fest. Und dann wird da einfach eine Kerbe rein gemacht, dass ich die Stange befestigen kann. Und dann funktioniert das Ganze auch. So, das war die Frage, ob das funktioniert. Und deswegen, wenn ich jetzt mal eben runter in meine Werkstatt, haben wir mal eben verschiedene Sachen rausgesucht und es funktioniert. Ja, hier hat man eine Platte drauf gebaut, das würde auch dann gehen. So eine Schließnase, das bringt mich gerade auf eine ganz andere Idee. Das bringt mich gerade auf eine ganz andere Idee. Ich habe nämlich Schließzylinder, die sind teuer. Die sind für Kasten, äh, für, ähm, für Garagenschlösser. Und da kostet ein Zylinder, bei CES, 120 Euro. Ähm. Aber das ist ein anderes Problem. Das geht jetzt erstmal nur hier drum. Kann man, kann man das machen? Ja. Also es ist machbar. Ähm. Das wäre jetzt den, mein Gedanke, der Lösungsvorschlag, wie das funktioniert. Einfach einen, einen Zylinder nehmen. Ähm. Erstmal, damit ich genügend Material habe, ähm, der ist 30, 35, also ein 40er, den er als 40er Zylinder, auch als Halbzylinder, den Kern ausbauen, sich einholen, wo dieser Kern reingeht, wo der Kern hier, oder die Walze, da reingeht, dann befestigt man das Ganze und dann baut man das so auf, dass man eine Stange da reinbekommt. Und dann hat man das dementsprechend, wie man das haben möchte. Weil es zu diesem Zylinder keinen Rundzylinder gibt. Also man kann keinen Kasten-Hünderlechschloss mit dem befestigen. Gut. Alles weitere unten in der Videobeschreibung. Einfach mal runter gehen und mal lesen. Da schreibe ich noch einen Text zu oder ich verlinke auf dem Blog von mir. Und da schreibe ich das dann nochmal detailliert auf. Ja. Ähm. Jetzt hoffe ich, dass der Kunde das bei YouTube liest. Das heißt, ich schreibe Ihnen das gleich, verlinke Ihnen eben auch das Video hier. Und dann, äh, könnte ich das fertigen. Oder er selber, je nachdem, wenn er den Zylinder stiften kann. Okay. Das war es von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt. Okay. Und dann geht es.